Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Happy Reels mit unserem guten Kumpel Willy und Browse Levels heute, Rating und was am Nausimovach? Scheicht Don't Move oder sowas. Ja, scheint so. Aha. Geil, Herz hat sich schon so gedreht, aber... Ah. Oha. Oha. Und... Hepp. 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 Echt, echt. Cool gemacht. Aber nicht so wirklich meins, also. Weiter geht's. Sword Throw 1.0. Okay, wir sollen ein Schwert erwerfen. JB. Pam. Ja. Oh, oh, oh. Okay, ich hab gewonnen, weil ich da hinten den Kerle weggemacht hab, aber... ... nicht wirklich ehrlich gewonnen. Autsch. Pam. Äh, der steckt nur im Kopf irgendwo. JB. Pam. Und... ... doppelt. Tja. Just for pros. Pam. Pam. Nein. 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 Und hepp. Und hepp. Aua. Ich leb noch. Ich hab zwar nur noch einen Ballen, aber ich leb noch. ... jetzt nicht mehr. Und hepp. Und huiht. Okay. Das hat nicht so gut geklappt. Huht. Dammit. Okay, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Und hepp. Aua. Okay, das ist unmöglich. Und... ... punish, soft, throw. Und... ... hurry. Was passiert jetzt? Aua. Nein. Okay, ich hab mich selber. Was waren das hier oben noch? 99% Hardball Thrill. Ja, ja, death, 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 tot, 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 tot und tot. Wie kann man denn... Ah, da hinten gab es Win. Hier hinten. Na gut, ich hab gewonnen. Es erzählt. Ow, 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 ow. Nee. Und putz. Putz. Und... Willi. Pam. Nicht den Schacher ins Gesicht kriegen. Nein, 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 nein. Und letztes... Nein. Okay, es gibt einen kleinen Trick. Wenn man so auf dem Kopf fährt, also so fährt, kriegt man richtig viel Geschwindigkeit. Auch wenn neu ist. Ja, also, wir gehen hier ein bisschen ab. Nein. Woho! Okay, es ist auch unmöglich. Auch wenn es nur ein Glassbreak ist. Boss Spike Fall. Wir nehmen Willi. Willi, du schaffst das! Vielleicht auch nicht! Ja, Willi! 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 Nein. Ja, aua, 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 aua. Okay. Das geht eigentlich nicht wirklich. Warpswing. So, hepp. Verdammt. Hepp und happ und klatsch. Nein, unmöglich. Unfair. Und hepp. Nicht. Kann das gar nicht gewinnen. Wowo. Das ging aber eh ein bisschen ab. Hallabolla. Wahrscheinlich Ball machen oder sowas. Dann machen wir mal eine Ball. Upp. Nein. Haha. Nein. Okay. Fuck. Hepp. Und hepp und hepp. Und. Okay, das ist auch unmöglich. Slam Dunk. Wow. Was soll ich denn machen? Soll ich denn backflip? Ulle. Zwei einfaches Level. I feel like Bieber. Was? Was? Aua. Aua. Was ist das für ein Level? Ach, Heart Donation. Hepp, hepp. Hepp. Oh, mein leg! Sound. Halt. 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 Okay. 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 Hier geht es gerade ein bisschen ab. Wir kriegen Schwerter da nicht raus. Na doch. Irgendwie ist es unschaffbar. Was? Nicht bewegen. Nicht bewegen. Weg mit dir. Das war ein bisschen eine Eskalation eben. Harpoon and Arrow run. Wir nehmen wieder unseren guten Freund. Nicht Billy. Willi. Willi. Wir nehmen Betty! Willi. 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 Okay. Nein. Sie ist auch nicht. Oder kann sie es schaffen? Wicht. Wicht. Noch lebt sie. Noch lebt sie. Noch lebt sie. Jetzt lebt sie nicht mehr. Und wir nehmen noch Santa Claus als letzten Versuch. Brennt meine Sklaven. Lauft. Wuhu. Hat euch das Video gefallen? Lasst doch einen Daumen da. Und ciao.